ja das ist eine tankstelle das ist eine tankstelle hier unten und das sind zwei willen da es sind nur zählen wie die da vorne nur damit du bescheid weißt hier war ich schon lange nicht mehr ich gehe obere reihe nicht zu den zombies ich fange da oben erst mal ok die zombies sind bei uns schon mal cool da ist noch ausgelandet ja man vierter jetzt berant alle schlagen hier ist ein rucksack keine waffen wahnsinn anfeuerwaffe sehr schön du bist da drin, dann gehe ich mal schnell hin ich gehe auch, Pispel immer noch Junge was ist denn hier los? Scheiß Bot oh, kein, auch kein Scheiß Bot kommt wieder aufs Dach hier? von hier nicht ach von hier noch Rucksack Spitfire Pumpe noch eine Pumpe und eine Rampart, wenn jemand will du hast keine Chance hier oben auf dem Dach, wo ich bin guck müssen sie mal gucken nice cooler Spot mit Maddox was gibt es hier? 7.2 noch das Dach hier ist nichts weiter außer GKS und hier ist ne Kiste, Jungs eine Vapor Agent hier eine Vapor Agent hier Spot gefällt mir bisher ich gehe jetzt ins Zombiehaus wir, wir gegen Zombies hier schub zwei Panzer und Doc oh, Raygun geil wo ist die Raygun? hier ist die Raygun warte mal, warte mal, warte mal hier ja also oh, toll, Alter hat er mal meine Panzerung kaputt drin Motherfucker scheiß wo ging man muss der letzte draußen wahrscheinlich ist Achtung Vorräte im Anflug Achtung Vorräte im Anflug Paladin ich habe da eine Vapor Agent abgelegt will die jemand die hier was ich zerlegse ich nehme keinen ich nehme mal deine Rüstung ja, das sind so Dinger die kannst du wegschmeißen also auf Leute schmeißen ich habe keine Ahnung für was das gut ist ja aber am besten ist dann links hochlaufen weil hier offene Fläche ich mache mal Dinger an Stufe 3 äh Zielfernrohr ne ne zweier ne ne ich brauche es nicht ich meine ob du es willst ich habe es abgelegt hier sind auf wenn jemand braucht sie ich ich ja 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 da das das da das Oben da ist einer, ich sehe einen, ich habe ihn, und der andere ist unten unten gewesen. Unten drin ist er, oben drin, ganz oben im Dach ist er drin, nice dog, einer ist oben im Dach, habe ihn, der liegt, ich gehe von links, ich schmeiße Granate ins Dach rein, vielleicht Vorsicht, weiterer Kollaps erwartet, die Sicherheitszone auf, der Doktor ist runtergesprungen, die sind hier. ja unten drin ja links ist auch noch mal eine klinge habe ich auf 105 ist immer noch eine ich glaube in dem haus ja mann der läuft der steck hinter dem baum komm raus du wechsel wo bist du da ist noch einer der ist weggelaufen auf 100 bei osten ich bin mir nicht sicher entweder ist er immer noch hinterm stein rechts oben ist noch einer ich sehe ihn es sind zwei leute hinter dem hügel die sind hinter dem hügel da läuft er der läuft runter der hügel runtergelaufen auf der straße obendrin obendrin wo bist du scheiß auf den sind zwei stück doch pass auf ich sehe die nicht ich sehe die ormacht ja 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 Ich bin der Kuss Das ist doch mal da. Ich habe keine 1.0mm. Ich habe keine 1.0mm. Fuck off, Alter. Tatsächlich keine Rüstung, Alter. Wir müssen... Oh, es geht auf Skistand zu, Alter. Ist da unten schon gelootet? Oh, da unten ist auch schon gelootet. Echt geil. Wir müssen weiter links. Dann müssen wir in die Halle rein. Die Häuser sind gelootet, rechts unten. Ah, da hinten, die roten Gebäude sind nicht gelootet, glaube ich. Sieht so aus. Hier auch nicht. Keine Rüstung. Geil. Was sieht es da aus, Phil? Kreiskollaps steht bevor. Lass weiter links schlafen, kommt. Genau, vor uns, vor uns, vor uns. Zwei Mann, direkt 24. Den einen habe ich. Den anderen habe ich auch. Beil weg. Der hat einen Sniper gehabt, ne? Der hat einen Sniper gehabt, ne? Paladin. Der hintere. Aber er hat der... Oh, ich nehme mal die Mädels. Sniper, Zieferhändler, Schallverhändler. Der hat alles hier. Clusterbomben. Komm hin. Hier, wo ich bin gerade. Auf dem weißen Dach, hast du gesagt. Der, der hier, der hat die Paladin. Hier, wo ich liege, ja. Der hat alles. Du brauchst nichts. Braucht jemand noch ein Traumaket hier? Traumaket abgelegt. Bei mir. Nein. Komm, da gehst du hin. Achtung, weiterer Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone auf. Am Ufer entlang müssen wir. Aber wo sind die Typen im meisten Haus? Die sehe ich nicht. Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal geradeaus durchs Maisfeld. Zu dem Haus vor. Aber ich gucke gerade, ob da jemand drin ist. Zu dem roten, großen Haus vor. Dann kommen wir zu dem nächsten weißen Haus vorrücken. Weil da ist auch die Zone. Haben wir wenigstens Deckung. Nicht Highground, aber Deckung. Da müssen halt ein paar O-Räte unten kommen, irgendwo. Wo? Bei mir? Ach, gegenüber, okay. Das sind noch welche. Auf 3, 3, 6. Drei Mann. Weiter links. Ich habe sie alle drei geholt. Da hinten sind zwei Stück noch hinter der Scheune. Das sind alle da hinten. Im Norden. Da läuft einer. Links. Ja, die sind zu zweit. Pass auf. Da ist noch einer in den Norden. Achtung. Was für ein Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone auf. Zu wem? Noch nichts. 17 Sekunden. Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Sind die eine Scheune drin oder was? Rechts rum. Die laufen da nach oben. Rechts. Von der anderen Seite. Die ganze Gruppe. Ja. Oh. Ja. Ich kann dich jetzt nicht mehr holen. Ich kann dich nicht mehr holen. Das ist die letzte Zone. Die haut rein. Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Wo bist du? Komm rüber zu mir. Doc, du bist am Arsch. Das ist zu weit. Nur noch du bist da. Fahr den Sieg ein. Tag. Tag. Die sind unter mir. Die Wichse. Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Nein. Nein. Ich habe gerade noch geschafft. Alle wich sind in der Scheune drin. Die ganze Zeit unter mir gewesen. Ich habe ihn nicht mitgekriegt. Der ist auch nicht der Idiot. Der hätte mich holen können. Wow. Alter. Ich habe ihn nicht mitgekriegt. 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 Ich habe ihn nicht mitgekriegt.